Ja, wir gratulieren natürlich Nafi Satu Tiam zu einem unglaublichen ersten Tag. Nafi, congrats, a tremendous first day. What are your first words? Ja, was sind Ihre ersten Worte? Ich bin super glücklich. Persönliche Bestleistungen, das ist natürlich super. Besser, als ich eigentlich selbst geglaubt und erwartet habe. Hochsprung macht mich natürlich sehr glücklich, die über zwei Meter erstmals, auf die ich schon lange gewartet habe. Das ist ein wirklich perfekter Tag. Sie hätten Olympia Gold in Rio im Hochsprung gewonnen, mit dieser Leistung. Haben Sie daran gedacht? Viele Leute reden mit mir über Hochsprung, ich mag den ja auch sehr. Aber mein erstes Ziel ist natürlich der Siedenkampf und auf das konzentriere ich mich. Aber ich bin natürlich froh, dass ich auch große Sachen im Hochsprung schaffe, weil es gibt Punkte. Sie haben einiges verändert, haben Sie gesagt, beim Anlauf ist das auch ein Grund für die Steigerung. Ich habe den Anlauf verändert, weil ich höher springen wollte. In der Anfangsphase des Anlaufs war ich nicht sicher, was es bringen wird, ob ich das gut genug kontrolliere. Ich hatte wirklich gutes Gefühl bis 1,95 und dann bin ich dann so dabei geblieben und habe die 1,88 rausgelassen. Sie haben 37 Punkte Vorsprung auf den Europäischen Rekord. Sie haben 37 Punkte Vorsprung auf den Europäischen Rekord. Ist der in Ihrem Kopf? Ich will eigentlich nicht viel daran denken, es macht mich leicht unruhig morgen. Der zweite Tag wird ein harter Tag werden, weil ich war im Weitspung und Sperrwurf. War ich schon letztes Jahr sehr, sehr gut und mit persönlichen Bestleistungen. Mit dem Sperr fast 60 Meter letztes Jahr. Ich habe da auch einiges verändert im Sperrwurf und es wird ein Test sein, ob ich wieder sehr gut sein bin oder es kann auch ganz schlecht werden. Morgen werden wir sehen. Ich glaube, es ist möglich, die Leistungen des letzten Jahres am zweiten Tag zu wiederholen. Alles ist möglich, ich werde mein Bestes tun, so wie immer, dann werden wir sehen.